Sie, liebe Studierende, haben gezeigt und bewiesen, dass Sie trotz Beruf und Familie die meisten von Ihnen in der Lage sind, ein Hochschulstudium zu absolvieren. Darauf können Sie und Ihre Familien ganz stolz sein. Und dafür verleihen wir Ihnen sogleich und zu Recht Ihre akademischen Grade. Wir, das Team der Euro-FH, gratulieren Ihnen ganz, ganz herzlich, wünschen Ihnen für Ihre Zukunft viel Erfolg und Glück, ein langes Leben und die Kunst, es richtig zu führen. Ich bin Bankkauffrau bei der Volksbank und habe das Studium neben der Arbeit gemacht. Ich habe nebenbei immer Vollzeit gearbeitet und eben parallel studiert und war teilweise schon auch anstrengend. Dass ich es mal gleich geschafft habe, mit Kinn und Kegel und allem, was dazwischen kam, was mein Leben nennt. Wir haben Sie gerne während dieser Zeit begleitet und sind stolz auf Sie. Der heutige Tag, liebe Studierende, gehört Ihnen. Sexibler geht es eigentlich. Dass man eigentlich mal ganz schnell ganz viel machen kann, dass man jetzt ja nicht sehr viele Prüfungsorte hat. Man hat dreieinhalb Jahre studiert, man hat sich nach der Arbeit hingesetzt und hat neben einer Vollzeitbeschäftigung seine ganze Freizeit auf die Seite geschoben, aber es hat sich einfach gelohnt. Also ich kann nur sagen, ich liebe das Team, egal wie aufregend man war, man ist immer irgendwie gesettelt worden, man ist irgendwie immer in die richtige Richtung gebracht worden. Man hat sich schon mal, ich liebe das Team, ich bin auf der Rede von der스트 Sch quality, ganz Untertitelung des ZDF, 2020